Hallo, mein Name ist Martin Schneiderhahn und ich möchte euch heute etwas erzählen zu den verschiedenen Skikategorien. Wir kommen nun zur nächsten Kategorie, den Freeride-Ski. Diese sind sehr breit und haben auch einen ausgesprochenen Rocker. Dadurch werden sie sehr auftriebsstark und je mehr Schnee es hat, desto größer auch die Vorteile von einem Freeride-Ski. Durch die Breite des Skis werden die Ski allerdings relativ träge. Man braucht auch viel Kraft für den Kantenwechsel. Sie sind weniger geeignet für die Piste, sondern sind wirklich ganz klare Ski fürs Gelände und Off-Piste. Als Beispiel aus dieser Kategorie habe ich hier den neuen Fischer Ranger 98 Ti Modell 1516. Die Maße von dem Ski sind 132, 98, 122 Millimeter. Bei einer Länge von 1,80 hat er einen Radius von 18 Meter. Er hat eine komplett neue Deckelkonstruktion und eine neue Seitenwange. Er hat eine carbonverstärkte Schaufel. Es ist im Prinzip die Innovation im Freeride-Bereich Saison 1516. Die Mittelbreite bei den Freeridern liegt ungefähr bei 95 Millimeter bis zu 120 Millimeter in der Mitte. Wichtig sind auch die Bindungssysteme. Man braucht im Prinzip keine Platte, weil wir brauchen keine Standerhöhung, um höher auf dem Ski zu stehen. Aber wir brauchen Bindungen, die sehr breit sind, um die hohen Kräfte auszugleichen und die Hebelferhältnisse, die entstehen, bei diesen breiten Skien auszugleichen. Deshalb haben die Bindungen auch einen sehr hohen Z-Wert, meistens 12, 14, 16 oder gar noch mehr. Also, wir brauchen die Bindungen auch einen sehr hohen Z-Wert.